Gruppe, Gruppe, Nacht-Olle? Ja. Jetzt hab ich verstanden, Nacht-Olle. Drei. Moin Moin, Tag, Servus und Grüezi. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Mit dem Lasco. Mahlzeit. Mit der Nacht-Olle. Mit dem Antares. Moin. Der Zigarre des Antares. Moin. Mit dem Nobody. Hallo. Ja, wie ihr seht, Leute, sind wir wieder gut drauf direkt. Frage, Geschichte. Kurz vorab, wie ihr gesehen habt, bei mir auf dem Kanal kamen diese Woche kein 7 Days. Sorry. Ich hab ein Problem mit der Festplatte gehabt, auf welche 7 Days gespeichert wurde und alle waren Fuji. Jetzt dürfte das nicht mehr passieren. Ich habe eine externe Festplatte auf welche gespeichert wird. Hat auch prächtig funktioniert mit Skyrim die Woche, also bin ich sehr zuversichtlich, dass es hiermit funktioniert. Und ich checke jetzt nochmal doppelt und dreifach. Ja, Aufnahme läuft. Gut. Wie ihr sehen könnt, wir sind hier gerade dran, fleißig die Base auszubauen, beziehungsweise unser Zimmermann Lasco. Er nagelt jetzt gerade. Immer. Jasmin begutachtet es. Ja, ich versuche gerade zu regenerieren, ja. Okay. Und, äh, Antares ist glaube ich schon auf Pirsch. Äh, ja, ich wollte nochmal ein bisschen gucken, ein bisschen looten gehen. Gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen Money kriegen. Ja. Plan ist ja eigentlich, äh, eine Zuflucht für die Horde, ne? Warte mal. Haben wir schon Leute hier drin? Leute hier drin? Ah, ne. Achso. Ja, unten die Base wollte ich ja mit Spikes, äh, spicken ursprünglich, aber nicht für diese Horde. Also, äh, ich möchte ungern hier diese Holz Base opfern. Unsere erste. Weshalb wir ja, ähm, äh, außerhalb machen werden. Nachtäule, möchtest du, äh, Clownhammer und Holz und weiter verstärken und ausbauen? Ja, klar. Kannst du ruhig das Dach so weiterziehen. Ich hab hier, guck mal, bei deinem Beet hab ich hier freigelassen. Da kannst du weiter, ähm, quasi hier alle Blöcke zumachen, wo du hier frei hast. Ja. Wenn du brauchst. Und, äh, man kann auch nur aus Holz, äh, Fenster herstellen. Holzfenster. Die kannst du gerne in die Fensterslots reinsetzen. Hier hab ich noch ein paar Frames. Ah ne, die behalte ich. Hier hab ich Holz. Bitte. Und hier den Clownhammer. So wie. Dann geh ich, ähm, gucken, wo sind die Rohstoffe nochmal. Essen, essen, pflanzen, essen. Also so ein Standbutton, der auch brennt, ist effektiv. Einmal, äh, steckst du die unter Strom, einmal in Brand. Darf, darf ich kurz was zu essen rausholen? Oh, oder beides. Oh, wie geil. Oh, wir haben alles noch roh. Rohfleisch. Ah, da ist Bacon Egg. Cool. Oh, guck mal, ich nimm die einfach mit. So, passt schon. So, Leute, ich komm durch. Ich hab die, die Aufgaben an, an Jasmin, äh, übertragen. Sie ist ja eh mal in der Base. Unsere Hausdame. Ja, chillt an der Base. Ehrlich. Ich mach dir mal die Frames wieder weg, damit ich kein Zombie hier überraschen kann. Ähm. Das ist sehr nett. Jo. Das sind hier, äh, ich frage mich manchmal, wieso ich Aufgänge baue, wenn Antares sich eh mal wieder hochbaut. So ist er halt. Und ich mach dir noch den Zombie hier unter dir weg. Hier kloppt irgendwo einer. Ah, hier. Ja. Äh, ist noch die Freunde zu hören hier. Das sind viele Kirchen. Ah, je. Oh, yeah. Aha, da ist es grad in der Gruft. Nix an sich gegen Kirchen, nur, ich weiß halt nicht. Die haben halt so ne Wirkung auf mich, da kann ich nix zu. Kirchen sind super. Ich bin grad in einer und ich finde Unmenge an Munition. Okay, ich mag Kirchen. Bist du in der Kirche oder in der Gruft gewesen? Pff, sieht aus wie ne Kirche. Ne, hier sind überall Särge. Weiß ich nicht. Also, du bist in der Gruftanlage mit der Campelle in der Mitte. Ah, okay. Okay, Asmin, ich bleib nur ein bisschen hier und beschütze dich weiter. Hier kommen grad ein paar. Ja, ich kann dir auch helfen. Jetzt hab ich erst mal einen. Ich hab das gespült, der kommt nicht zu mir irgendwie. Kollege, wohin gehst du? Ich bin doch hier. Ach, jetzt. Jetzt hat er mich. Ach so, wenn einer einen Scope für die AK findet, wär super. Dann behalte ich den. Ich hab nämlich auch eine. Da kommt der nächste. Oh, das ist ein Screamer, oder? Ne, das ist so ein Bruce Lee Zombie. Dann nehmen wir uns. Ja, der macht so komische Effekte. Ja, das ist auch interessant. Jeder nennt den genau so. Echt? Ja, Bruce Lee Zombie. Sagen wir's alle? Ja, wegen dieser Bewegung, die er macht. Ja, auch so von der Statur her, ey. Passt schon. Hallo! Kannst froh sein, dass der nicht so gut drauf ist wie Bruce Lee. Oh, ja. Gut, jetzt hab ich hier soweit aufgeräumt. Ich hab eine Quest und da hab ich mir sogar einen Marker gesetzt. Ach, mein Händler. Ich wollte wohl zu meinem Händler. Kusch. Geil. In welche Richtung musst du? Du hast halt einen anderen Händler, ne? Genau. Ah, ich geh da bei Gelegenheit hin. Erstmal suchen wir jetzt eine Bleibe, Leute. Was sagt ihr denn? Meinen Marker habt ihr ja gefunden. Oder sind die weg, die Marker auf der Karte? Ich hab Saatgut, Trader hab ich. Warte. Dann, äh... 483... Ne, okay. Ich kann ja nicht stören. Die Matze-Ressourcen, die speichere ich mir nicht, weil die holt ja der Antares und Jasmin ran, deshalb speichere ich mir die nicht. Nein, alles gut. Ich schick die noch mal gerade raus. Ja, klar. Ach, ihr seid im Hochhaus? Ne, danach. Wo wollt ihr... Ja, ich weiß gar nicht. Habt ihr schon ein gutes Gebäude gesehen für die Horde? Wie wär's hier die Feuerwehrstation, Lasco? Jo. Ah, da hinten die, ja. Seh ich. Oder, oder, daneben die Kirche. Die könnte interessant sein. Die sieht schon eher aus wie so eine kleine Kathedrale. Ja, seh ich. Bin grad davor. Firestation ist natürlich, glaub ich, sicherer, ne? Oder meinst du nicht? Ja, die da glaub ich nicht. Weil das ist die große, weißt du, mit der Glasfassade. Das ist aber Panzerglas, das weißt du. Nein. Wenn du oben einmal vorhaust, das hat ohne Ende Haltbarkeit. Oh. Ich öffne mal kurz die Kirche. Warte mal, bin ich hier der Ranchman schon? Haben wir schon den Ranch geskillt? Hab's vergessen. Wir haben länger nicht mehr aufgenommen. Ne, noch nicht, gar nicht. Ach, Lucky Looter hab ich auch volle Pulle. Okay, cool. Gut zu wissen, Leute. Wir haben Lucky Looter voll, wir looten. Ähm. Neu zu Hause? Oh ja, hier sind noch viele Kirchengänger. Ja, ich komm zu dir. Malzeit. Aber hör mal, die ist von innen gut gemacht, muss ich sagen. Oh, das war, tut mir leid, um deinen Arm. Oh, ich hör einen Junk Turrette, ich hab auch eins, warte mal. Oh, äh, ein Rocker in der Kirche. Ja, bei den ganzen Sünden. Haha, wieder einen Arm weg. Ich liebe Sledgheimer, Leute. Tapptada, tapptadan. Oh, die ist ja geil, die Kathedrale. Wow, das ist echt ne Kathedrale, ey, wow. Jetzt googelt die Serie Sledgehammer. Hübsch hier. Oh, der hat gerade so eine Todesrolle gemacht, der Soldat. Aber von drinnen ist vieles aus Holz. Also ich glaube, die Firestation ist doch sicherer. Sehr schön. Sehr schöne Kirche. Also so von der Aufmachung her. Das Feeling hier drin ist schwierig. Ich habe das Gefühl, mein Bein brennt oder so. Aber ich glaube, Firestation ist halt sicherer wegen dem Material. Okay. Hinter dir kommt gleich einer gerannt. Hinter mir? Rocker. Da oben sind es zwei. Hinter mir ist eigentlich nichts. So, ich kann mal kurz gucken. Was wollte ich denn skillen? Hm. Wo ist denn Antares? Äh, ich war... Ach, Mensch. Ich war gerade in der... Ach, Mensch. Mein Scheiß. Und wenn das... Da ist noch Ayoka. Was denn? Geradeaus die Ruine. Wäre die nicht was für, ähm, für die Horde? Also ich suche einen Punkt, wo wir noch was von der Horde sehen, ne? Weil wenn die, guck mal, jetzt zwei, vier, sechs, sieben Etagen zwischen uns und dem Dach. Das heißt, die werden durch das Gebäude laufen und, ja, entweder kommen sie irgendwann oben bei uns an oder halt nicht und wir haben nichts gesehen davon. Ach. Oder sollen wir uns ganz verstecken und, äh, nichts machen? Nö, nö, ganz verstecken braucht man nicht, aber ich gehe davon aus, dass die wieder, äh, einen guten, äh, Findungsalgorithmus haben, nennen wir es so. Äh, ne, also diesmal wird alles abgeschlagen, wo wir drin sind. Das, äh, das sage ich dir aber. Ja, ich hoffe es. Oh, was ist das? Eine Tischkreissäge, die funktioniert. Ich habe auf jeden Fall gut Munition rausgeholt da, eben. Oh, gut. Äh, können wir schon, äh, Werkbänke bauen? Ey, warte, da fällt mir ein, wir waren jetzt in der Kathedrale, haben die gecleared, aber nichts gelootet, da muss doch irgendwo loot sein. Äh, ja. Ich gehe mal zurück. Da war noch ein Rocker-Zombie und Loot wird da auch drin sein. Okay, äh, die Metalle und so, dass ich jetzt hier drin. Ich farm gerade ein bisschen Goldrute und Chrysantheme. Das ist sehr schön. Okay, die Kathedrale erstreckt sich da oben noch, wer noch Lust hat mit einzusteigen, ich bin jetzt drin. I'm on my way. Äh, nein, warte, Planänderung, ich habe einen Wisch. Ja, das ist wichtiger. 120 Fleisch hat die Jasmin zum Verbraten. Du hast auch, glaube ich, 120 leere Flaschen, falls du die übersehen hast, Jasmin. Ich glaube sogar mehr. Oder mehr? Ja, die sind da. Ich weiß aber nicht, ob du in der Nähe eine Wasserstelle hast. Soweit ich weiß nicht. Oh, das war dein Beinchen. Tut mir leid. Ach, hier ist eine andere, äh, Firestation. Die klassische. Ich bin... Die ist, glaube ich, dafür richtig geeignet, für die, für die Horde. Wir müssen mal gucken, also Firestation bin ich für, das ist immer, immer gut. Ja. Für die erste Horde sollte das auch, äh, reichen. Ach, sei ruhig mit deinem... Entschuldigung. Ah, eine Wildsau. Interessant. Aber geht's noch nach oben? Ich hab's ja gesehen. Da, da geht's hoch. Ah, hier. Was hab ich denn eigentlich... Dann hab ich ihn ja aufgeweckt. Ah, ist auch scheißegal. Ich bin gleich da. Ah, hier geht's hoch. Ich geh einfach ganz nach oben, die Treppen. Da geht's hoch. Man sieht's nicht sofort. Einfach rein, die Treppen hoch und versuchen immer höher zu kommen. Ich bin jetzt hier auf dem Dachboden quasi gleich. Da kommt bestimmt gleich ein Feral-Zombie hier an oder so. Ah, jetzt geht mal ein durch das Stadte-Dach, ey. Richtig cooler Point of Interest hier. Bist du die Leiter hoch, ja? Ja, ja, ich bin jetzt genau. Und hier auf dem Dach quasi. Hier geht's weiter. Ich bin's, ich bin's. Cool, guck mal. Hier gehst du jetzt weiter übers Dach und da in den Turm wahrscheinlich. Warte, ähm, ich muss etwas machen. Esmiralda! Ja, guck mal. Hier ist sogar der offizielle Weg, glaub ich. Ja, ich bin hier die Abkürzung gerannt. Ja, ich glaub, das ist nämlich der Weg, wenn du gerannt bist. Ich wollte irgendwie komisch... Komisch schlafen. Oh, Geier! Mistvieh. Und ich hab nicht mal eine Waffe. Ich bin Biohazard. Geil. Äh, warte mal. Ne, sorry. Äh, Mistvieh. Aber wir müssen in der Base was haben eigentlich. Äh, nochmal meine Frage. Vorsicht! Wow! Hat einer die Werkmangel erlernt? Oder kann die? Müsste Antares schon haben, glaub ich. Äh, Moment. Oder noch nicht vielleicht. Wir waren ja erst beim... Äh, Master Loot! Teil 2! Hast du noch eine, äh, Looter 5, Nobody? Ich hab, äh, 4. Gut, dann lass mich looten. Was lass dich blooten? Looten. Oh, ne, 5er, 9mm, das ist geil. Und ein 5er Jagdgewehr, oh, ich liebe es. Das ist gut. Hier, öffne mal das. Ja, genau, weil ich hab nur ein Sledgehammer. Mach du die lieber auf. Jetzt hab ich einen 5er Sledgehammer. Aber nur Eisen. Meiner ist aus Stahl. Mal gucken, was besser ist nachher. Gut. Äh, brauchst du ein 2er Jagdmesser? Äh, ja, das wär willkommen. Schmeiß ich dir. Wo, wo, wo? Neben mir irgendwo. Ah, da. Äh, hier ist verschlossen. Hast du den, äh, Skill für Lockpicks? Ja. Hast du Lockpicks? Ja. Sehr gut. Okay, den kann ich jetzt schrotten. Da haben wir einen besseren. Sauber. Leer geboten oder sind noch Sachen drin? Nein, ich hab alles leer. Ich bin ziemlich überladen. Äh. Ähm. Gute Frage. Was hab ich denn gesagt? Bei, bei fortgeschrittener Ingenieur, da steht, stelle Arbeitsstationen. Ist die Arbeitsstation jetzt die Werkbank? Weil die Werkbank heißt immer noch Werkbank. Also, Arbeitsstationen ist eigentlich eine Werkbank für mich, ja. Dann müsste ich noch einen Punkt... Lasco? Oh, Intelligenz Level 4. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lasco, geh du mal hier ran. Das dauert noch eine Weile. Aber wir haben, nee, wir haben doch hier eine Werkbank im Laden, oder nicht? Stimmt. War das nicht so? Doch. Ja, siehst du. Alles gut. Wir haben eine Werkbank. Ja, äh, Lasco, was? Bin hier? Ja, geh an die Truhe ran. Ach so. Wee. Darf ich den ersten Holzbogen haben? Ja, ja. Ich hab schon ausgetauscht. Ich hab einen grünen jetzt. Holzbogen? Ja. Du bist mir einer. Nice, nice, nice. Ich möchte jemand Eisenrüstungen tragen. Ach, egal. Goldnuggets, alles mitnehmen. Das kann weg. Das kann man auch wegmachen. Ja, da hat sich gelohnt. Ich sag ja, ich war hier im, 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 im. Der Kathedrale drin und hab keinen Loot rausgeholt. Irgendwas fehlt. Ja, ähm, für, ähm, Antares hab ich zwei Kameraden. Oh, sehr schön. Schmiede, Schmiede haben wir doch, ne? Ja, haben wir. Und wir haben auch eine Werkbank, ne? Ja. Das heißt, wir können jetzt Eisenpfeile herstellen, ne? Theoretisch. Gut. Oh, mein Hund. Oh, ich hab, äh, Antares ne Eisenbrecher-Mod. 15% mehr Schaden gegen Eisen. Das ist sehr gut. Jo. So, ich bin gleich Max überladen. Dann kann ich demnächst noch anfangen. Mit, ich weiß nicht, vielleicht nach der ersten Horde, oder was? Ja, ja, ganz ruhig jetzt. Alter, jetzt nicht so sehr. No more, dir willst du dreier Eisenhandschuhe? Äh, nein, danke. Okay. Oh, ich dachte, der wird hochkommen. Warum ist der tot umgefallen? Ich schleiche jetzt aus der Base. Oh, hier ist noch ein Geier, der hochfliegt. Ach, das ist dein Bogen, den du hattest, der grüne? Du hattest die ganze Zeit schon einen Holzbogen? Äh, ja, in den orangenen. Du möchtest grün. Hä? Also, in grün angemalt halt. Ach, ah ja. Nicht von der Qualität her. Ah, sorry, ja. Alles gut. Oh, gut. Oh, Rezept-Steak mit Kartoffeln. Vorsicht. Oh. Das hört sich doch gut an. Ja, finde ich auch. Jetzt bin ich auch Bio-Hazard. Scheiße. Geil. Okay, kann ich so überladen überhaupt springen? Wenn nicht, bin ich jetzt tot. Mal gucken. Oh. Gott. Oh. Kommst du denn her? Noch ein Geier. Toll, natürlich. Gerade, wenn ich am Springen bin. So, kannst du abbauen. Äh. Papier. Kannst du abbauen. Oh Gott, okay. Ich muss einmal zur Base. Ich bin Max überladen. Geil, wie wir die Kathedrale looten und einfach, also nicht looten, sondern clearn und einfach nicht looten, ey. Ich denke so, warte mal. Irgendwas hat da jetzt hier gefehlt, ey. Oh, was ist das denn? Stacheldratt oder was? Ah, ja. Stacheldratt. Und ich lauf hinterher. Der Klassiker. Ja, du musst wissen, das ist fast so wie ein Minecraft-Villager-Babys. Hm, ja, ich weiß, ich weiß. Hab ich von gehört. Ich gib dir Rückendeckung. Ja, pass, ich hab ne RK. Kannst du dich weitermachen, wenn du noch Platz hast. Ich muss eh rüber. Wir beide sind bio. Jo, das stimmt. Äh, Jasmin, haben wir Medis? Also Antibiotika oder Honig? Bitte, bitte, bitte. Ich gucke sofort. Bitte, bitte. Ach, schade, ich kann auch keine Sargen machen. Die Saat der Jasmin. Äh, wir haben einmal Vitamine, Aloe Vera Blatt und Verbände. Nein. Ich kam noch nicht zum Sortieren, weil ich gerade am Decke machen bin. Ist nicht schlimm. Hast du denn wenigstens Fleisch angeschmissen für uns? Ja, natürlich. Das habe ich schon gemacht. Ah, siehst du, ich wusste, dass sie Ja sagt. Darauf ist Verlass. Ich bringe hier noch über 100 Fleisch wieder dazu. Haben wir noch genug Eier? Sicher. Sigi. Wir haben einmal Antibiotika, sehe ich gerade in der Lootkiste. Okay. Nobody nimm du. Aber Goldrouten-Team müsste doch auch eigentlich funktionieren, oder? Nee, nur gegen einen. Wie heißt das nochmal? Rot, rot, rot. Ruhe. Ruhe. Also ich finde das cool. Antares kommt dann, zwei Frames und hoch ist er. Geil, ne? So, kann man machen. Normalerweise ist der Aufgang ja mit Hedges, so war der Plan. Die sind immer da. Man braucht es nicht immer bauen. Und tagsüber kann man die Dinger ja auch dran lassen. Ich habe das jetzt nur weggemacht, weil Jasmin dann Angst hat. So, Jasmin, ich mache mal hier in die Truhe rein. Okay, das hört sich auch schwierig an. Ich mache in die Truhe rein. Ich mache in die Truhe rein. Ich mache mal in die Truhe rein. Ach. Geil. Weiß geil. Ich habe 20, 30 Reparatur-Kits. Boah, die Lootkiste voll. Antares, Antares, nicht wegrennen. Hier ist was für dich. Guck mal. Ja, ich lasse es mal fallen, Pamolotus. Ja, lass mal fallen. Ich gehe mal weg. Wie sie alle weggehen. Ja, sehr schön. So. Möchte jemand Jagdgewehr spielen? Spielen? Hä? War so mit einem Jagdgewehr spielen. Nee, ich vertrauf meine AK. Hier ist auch noch ein gelbes Jagdgewehr drin. Ich habe ein blaues. Äh, Lasco, guck mal hier. Auf dem Boden. Äh, wo? Ja. Oh, was hat denn hier? So, das war zufälligerweise da. Dankeschön. Das wird so. Und die Heilung beginnt. Ähm, so, warum mülle ich jetzt weiter rein? Hier? Ne, hier. Da, da ist Platz. Oh Gott, Jasmin, erschaffst du das überhaupt nicht? Irgendwann mal hier. Das ist viel jetzt. Ja, das kriege ich hin. Scheiße. Rezept Kartoffelsaat? Yay. Pack dich ganz nach unten in eine Kiste. Ja. Äh, Jasmin, hier ist noch so ein Rezept drin, sehe ich mit Steak und Kartoffeln. Ja, weiß ich. Hat der Antares mir eben gerade mitgebracht. Oh, da ist ein bisschen was von mir. Ich kann, ich kann jetzt Sprengpfeile und Sprengbolzen herstellen. Geil. War schon mal jemand in der Police? Ne, ne? Hör mal, irgendwo ist hier doch Action, oder? Irgendwas geht doch hier zu Bruch. Hört ihr das? Ach, wieder ein Sniper hier. Alter, Vorsicht, Köpfe runter. Okay, ich muss aufhören, hier meinen Loot zu sortieren, weil das geht mir auf den Sack hier. Wo sind die? Horde, das ist eine ganze Horde, ist das. Ah, hier. Mahlzeit, schon wieder hier. Empfangskomitee. Komm mal her. Nur zuerst. Zack. Zack. Leder, Leder, Leder. Leder, 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 Leder. Leder, 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 Leder. Da, da, da. Rage, Rage, Rage. Rage, Rage, Rage. Ein Zombie ist oben bei euch schon, am Aufgang. Wenn ihr einmal rausguckt, könnt ihr den erledigen. Zwei, einer, zwei gehen hoch zu euch. Kurz vor der Haustür, drei Stück schon. Drei sind vor der Haustür, die springen zu euch. Die machen einen Dreiersprung. Ja, ja. Okay, genug gespielt. Ihr kommt aber klar, oder? Ja, ja. Ich muss meinen, du lässt sich einmal... Ich habe mich nur gewundert, dass die so springen können. Ja, was ist denn jetzt los? Es kommen noch mehr Krankenschwestern. Oh, geil. Das haben Looten irgendwo. Ach so, die habe ich ja schon. Ha. Ich habe noch eine XP-Brille, falls einer... Oh, gerne. Antares, wo hast du die Repair-Kids? Äh, auch in der Loot-Kiste. In der mittleren? Äh, ich glaube, die rechte. Ja, wir müssen den Aufgang abmachen. Oder wir müssen... Ja, müssen wir. Oder nochmal unten mit einer Tür sichern, oder so. Dass wir nur die Tür zumachen. Ich habe die Frames jetzt schon mal weggeholt. Die kommen da nicht mehr rum. Genau. So, äh... Die andere Frage der Fragen ist... Äh... Tourette. Tourette. So weit, so gut. So, also wir haben ja... Unser Ziel war ja jetzt... ein Gebäude zu finden für unsere Hornnacht. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir in die Fire Station gehen, richtig? Ja. Nur noch nicht welche. Ja, das ist ja dann schon... Klein... Kleinigkeiten. Genau. Hauptsache, wir haben eine schon mal. Das ist schon mal gut. Achso, ich habe hier noch verrottetes Fleisch. Das ist ja auch... zum Verkochen. Jo, ich schmeiß hier jetzt alles rein, was noch geht. Benutzt jemand von euch eine Schrotflinte? Ja. Dann habe ich eine Mod für dich. Geil. Ähm... Was ist das? Ich komme mich jetzt erst mal ums Komponentein. Irgendwann gehen. Trinken. Ich muss trinken. Okay. Ich gucke gerade, ich habe so viele Mods mitgebracht. Was ist das denn hier? Stahlvorschlaghammer. Ach, Teile sind das. Okay, ich hätte noch mehr Mods irgendwo hier. Rezept Steak mit Kartoffeln. Schon gesagt. Ah, sehe ich aber gerade. Lecker. Dann haben wir hier noch eine 15% gegen Erde mehr Schaden. Wo hast denn die Mod, wo du gesagt hast? Was denn? Die Mod für die Schrotze. Wo ist die? Schmeiß ich dir ein bisschen neben mir? Ja, ja. Ich bin die ganze Zeit neben mir. Bitte. Merci. Oh, mehr Schaden gegen Holz. Antares, soll ich dir einfach alles in der Loot-Tour liegen lassen? Findest du das dann schon? Oder soll ich das extra rausnehmen für dich? Wie du willst. Wow. Wir haben irgendwas mit Hohlspitzen geschossen. Verursachen mehr Schaden beim Aufprall. Ja. Das ist gut für Antares auch. Du hast... Ja, pass auf. Dann such dich einfach durch. Du hast nämlich sehr viel hier. Antares, hier sind auch Mollys oben. Das sehe ich gerade. Ja, Mollys, Mods, alles und Rezepte für dich und was weiß ich nicht alles. Sehr schön. Also einiges, dann bevor ich das alles zusammensuche. Stacheldraht-Mod, die nehme ich vielleicht. Notungsschaden. Eine Munitionskiste. Mächsendrät. Zern. Kann nämlich ein Knüppel angebracht werden. Ich habe ja einen Knüppel. Geil. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Was? Nichts. Ich war das nicht mit dem Geil. Ich war das. Alle beide sind die Schlüppel. Geil. Geil. Alle haben die Knüppel. Geil. So, jetzt ist die Frage aller Fragen. Oh, hier geht es noch weiter. Bauplan Militärstruktur. Oh, Schrotflinten-Messiah. Was für dich, Nobody? Nach der Eule. Vorsicht, hinter dir. Was ist das denn hier? Noch eine Eisenbrechermod, ey. Hammer. Hä? Nichts, ich wollte nur in die Kiste. Wofür? Schrotflinten-Messiah, wofür für mich? Bin ich jetzt der Waffenspieter? Ja. Ja, du interessiert dich ja für Schrotflinten. Es gibt ja keinen Waffenspieter mehr in der Richtung. Je nach Skillbaum skillst du ja eine bestimmte Waffe. Achso, wo ist denn der Schrotflinten-Messiah? Ganz links war die, glaube ich. Und wenn du dich auf Schrotflinten spezialisieren magst, dann kannst du nachher die Schrotflinten fertigen. Achso. Und du musst ja jetzt quasi das machen, um das zu können, irgendwie so. So, Frage der Fragen ist jetzt. Es geht auf 20 Uhr zu. Jo. Brechen wir heute noch auf, um die Firestation vorzubereiten, oder machen wir das an Tag 7 Uhr? Also ich würde es am Tag 7 Uhr selbst machen. Es gibt eigentlich nichts vorzubereiten. Ich würde nicht viele Fallen bauen. Nö, es geht nur auch um Wege ein bisschen zu verbessern. Genau, genau. Einfach hochkommen, Treppen abschlagen, vorbereiten und dann von außen hochbauen oder so. Mehr würde ich da gar nicht tun. Also es ist meine, äh, mein Vorschlag zur Güte. Hammer. Ja, wir haben hier schon ein bisschen Stuff zusammen gelootet. Amme Jasmin. Nein, geht schon. Weiß was, ich schmeiße auch noch meine Federn hier rein. So, gucken wir mal kurz. Reparieren. So. Reparieren. Ich muss gerade gucken, ob ich Stahl oder Eisen benutzen möchte. Waffen, wo sind Waffen? Waffen, 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 Waffen. Schade. Keine hochwertigere Pistole. Uh. Ich schluck ich in den. Geil. Waffen, 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 Waffen. Fünfer AK. Boah. Nice. Very nice. Was war nochmal, wie kann ich die AK entleeren? R lange drücken. Echt? R lange drücken und dann wählst du, äh, das ist wie beim Reload, für die Munitionsart, da kannst du auf eine andere Munitionsart, glaube ich, klicken. Ah. Jo. Probieren wir das. Jo. Also ansonsten hättest du, glaube ich, auch einfach einmal auf Verändern drücken können und dann wärst du, glaube ich, auch raus. Cool, geht beides. Äh, meine 3 AK packe ich zurück, ich, äh, vergnüge mich mit einem Jagdgewehr. Okay. Weil ich hab gesehen, der hat doppelt so viel Schaden, hat halt nur einen Schuss, ne? Aber ich hab ja jetzt noch eine Pistole gelootet, das heißt, wenn's schnell gehen muss, hab ich die 9mm. Können wir einen kurzen Muni-Ablech machen? Habt ihr irgendwie ein bisschen 9mm für mich? Habt ihr jetzt, äh, 40 Schuss, habt ihr mehr oder weniger? 40? 40. Okay. Oder hast du mehr oder weniger? Ja, ich hab 532. Ja, dann hätt ich gerne 10. Ich hab gar keine. Okay, ich hab 135, kann ich auch 10 haben? Und, äh, für die AK also... 10, nein, also 10 ist zu viel. Also für mein Jagdgewehr, also die AK-Muni hab ich 30. Was hast du? Wie gesagt, ich hab gar keine. Was? Für die AK? Ja. Mhm. Ähm, hab ich schon was in die Base gelegt, aber ich hab 200. Dann würde ich mir vielleicht auch noch ein bisschen was mitnehmen, gerne. Jasmin, wir haben dich gehört. Wir werden dich für die Horde ausrüsten. Du musst dir nur ein, zwei Waffen aussuchen, die hier überall rumliegen. Na, ich hab ne Zweierpistole. Na, wir haben schon bessere Sachen mittlerweile. Nimm lieber ne AK mit. Wenn die mal nahe kommen und du hast Panik, kannst du einfach draufhalten. Die Zweierpistole würde ich dann nehmen, wenn du die nicht willst. Kannst du ja. Okay. Verstehe ich nicht. Stacheldragmord ist doch ein Knüppel der Hammer, oder? Nee. Hammer ist Hammer. Sledgehammer. Da kannst du, glaub ich, extra, gibt's einen extra Skillbaum für. Okay. Ähm. Okidok. So, das reicht dann erstmal genug. Hier rumgemacht. So, Leute. Jetzt habt ihr echt, ähm, ja, einen halben Tag gesehen, wie wir was suchen. Die andere Hälfte haben wir jetzt hier rumgemacht. Hm, wir haben rumgemacht. Geil. Nobody? Ja? Neben mir? Ja. Okay. Wir haben rumgemacht neben mir. Ja, äh, das solltest du nicht wissen. Alles gut. Wir sind da nicht so. Ja, sie schläft ja auch zwischen Antares und mir, ne? Echt, jetzt liege ich in der Mitte? Ja. Dazu sage ich, dazu sage ich nix. Ich bin schon verletzt genug. Ihr war langweilig, äh, Lasco. Nein, ich schlafe ja noch auf dem Turm da hinten. Aber ich hab doch schon gesagt, du sollst ihn rüber. Weiß ich doch. Nein, ich bleib da hinten. Ist schon gut. Macht mal euer Ding. Leute, es wird Zeit. Nobody, wenn du's nicht machst, mach ich es jetzt. Ich kann nicht mehr. Ja, du kannst, ich weiß, das ist eine Qual für dich. Gut, ihr Lieben, wir wollen Lasco nicht leiden lassen. Ähm, Antares, Nachtdäunung und ich werden gleich gut schlummern. Und... Ich geh dann raus. Du kannst zugucken. Tschüss, gute Nacht. Nee, nee, tschüss. Okay, gut, äh, viel... Nobody, no... Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, lieben... Nicht so böse gucken, Nachtdäunung. Ich hab doch recht. Ah, gut. Dann vielen lieben Dank. I have nobody. Gut, wenn's euch gefallen hat, äh, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen. Freuen wir uns immer. Ansonsten heißt es, bis zum nächsten Mal, wenn Lasco wieder schmollend zuguckt. Tschüss. Ja. Tschüss. 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 Vielen Dank.